Okay, und fortfahren. Ähm, wer ist denn da links? Was machen wir mit dem Veteran? Ähm, warte... Wieder one-hitten, oder was? Ja, wenn du... Eigentlich geht das auch mit Blitz, aber naja... Ähm... Ich möchte jetzt auch wieder andauern, wie kann ich die anlegen? Was kannst du? Die Proben anlegen. Äh, das kannst du nur, wenn wir das nächste Mal in eine Lobby gehen. Das musst du irgendwie in der Lobby machen. Hier gibt es so eine Muschel. LOL! Man kann ja mit Linksklick aus dem Eis rauskommen. Klänge des Ozeans 2. Es gibt anscheinend noch eine Muschel davor, aber... Naja... Warte, warte, sie sehen uns nicht. Äh, jeder nimmt einen. Ich nehm den... Linken. Ja... Bist du bereit? Äh, sag... Was hab ich gemacht? Ja... Okay, eins, zwei, drei... Oh... Ich bin nass, wieso auch immer? Oh... Ähm... Warte drauf. Ja? Ja... Da ist direkt wer gemeint ist, wa? Ähm... Fuck... Muss hier weg? Ah... Das... Wie auch immer man einen Flammen-Kältewerfer bekommen kann... Alter... Oh... Da ist noch jemand böse auf mich. Ziprindu! Merci, Poop! Jetzt kommen wir mit dem Reden. Das war ja noch eine Blumen-Kältewerfer. Ja... Warte... Da sind uns hier... Oh... 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 Der eine ist natürlich Todestab. Ja. Ja. Merke ich. Es gibt aber noch eine. Ach da. Wenn man von riesigen Fallen durchbohrt wird, ist es nur natürlich, dass man stirbt. Stimmt. Das wäre dazu. Wie Goffri de Londer plass gewandert. Plass gewandert. Lochness, mein Tod ist. Dritte gedoren für du, mein fremder Präzender, ja? Diese Strahlen sind so heftig stark, ne? Welche Masse denn immer? Normaler Eisstrahl, einfach. Also Kälte. Kälter Strahl. Ah, der hat ja einen Schutz. Die war nicht nur für die Fläche, wenn der Mann ist. Was ist mit Stimme? Was ist das? Wär mal. Oh, war. Würde. Das ist schon so. Wow. Danke. Nein, er hat es doch geschafft. Ich wollte schon, dass man auch da nicht ertrinkt, oder? Ah, ich dachte, ich habe einen schönen Blitz. Was ist das für Musik? Das ist das Radio am Strand. Ein Radio? Ja klar, der findet das nicht. Ist das schon da, hier am Strand? Alter, was explodiert das eigentlich? Ich wollte mich frei, mich zu heilen. Äh, bei dich. Hier. Okay, wir machen eine Bombe. Ich wusste gerade für eine Zeit nicht, wo ich war. Aua. Hilfe. Oh, so kann ich sein. Steins. Oh, der eine schmeißt einen Bomben. Danke. Aua. Strahlenkreuz. Ich glaube, da ist jemand gestorben. Ich glaube auch. Hier, das Radio hier. Hatte ich mehr Bock, mir zu helfen. Hahaha. Du kannst es auch gedrückt halten. Ich glaube, ich habe dich mitgekillt. Hier, das Radio, das ist unzerstörbar und richtig nervig. Ja, ich wollte es zum Schluss zerstören und dachte mir so auch. Toll. Okay, ich muss nichts. Gibt es hier irgendwas? Nein. Außer es mag wie alt drin. Okay. Ich mache erst mal Schild. Habe ich. Nein. Es kommt gleich ein etwas schlechter, oder schlechter, etwas schlimmer Bosskampf. Ich weiß nicht, was für ein Schild man da verwenden sollte. Warum? Wir sollten aber auf jeden Fall Bomben verwenden, denke ich. Nein. Nein. Ich bin nicht zu bescheuert dafür. Ich darf das. Ich bin auf einmal gestorben, okay. Oh Mann, jetzt habe ich mir coolen Sachen nicht mehr. Hä? Wer hat mich denn jetzt getötet? Keine Ahnung. Ich habe mal nicht gesehen, dass da so nüben sind, ne? Habe ich gesehen und auch. Toll, ist gut. Ich schüttere ich gerade rein. Hä? Wo bin ich auf einmal hingebackt? Fische sind da. Einfrieren. Oh, da kommt so ein... Oh. 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 Wie haben wir mich gewonnen oder gewonnen pottet? Wo war's nicht so zu kurz. Shit. pure. Fagge! Okay. Achtung! Aua, Aua, Aua! Aua, Aua, Aua! Klasse! Mir macht ja richtig viel Spaß! Ja, für mich schon! Oh! Läuft bei dir! Ja, ich hab auf weit geachtet und hab so, oh, Wasser! Ja, danke! Ich glaub ich bin der, der am meisten gestorben ist, oder? Nein! Das würd's doch immer ich sein! Ob man nicht mehr viel mehr ist! Okay, die Viecher waren im Spiel davor irgendwie viel... Hallo? Hi! Jene Wacke! Was ist? Oh, da schießen immer noch gute! Er töste mich die ganze Zeit! Hallo! Falsch bei dir, Junge! Jene Wacke! Welches wiederbelebt worden wäre im Wasser, ne? Aber leben wir hier denn? Wie stark das ist! Wie stark das ist! Wie stark das ist! Wie stark das ist? Wie stark das ist! gg so könnte man tatsächlich taktisch klug spielen einfach schutz und überall diese teile aufstehen wenn ich mir wüsste wie die teile funktionieren schutz und blitz wir machen den nächsten bosskampf einfach die ganze zeit so und das funktioniert auch noch wir müssen das schild schnell wieder neu machen ja ist ziemlich bild ohne schild da drin zu stehen alter wie das einfach funktioniert hat klar hallo das war meine idee oh hier ist der bosskampf oh shit ich nehm leben ihr nehmt ak an ach so erstmal kommen sie in grad kleine bücher aua ich hab einfach hier schon aua hilfe ich fällt grad aaaaaa sind wir alle ey drück 4 drück 4 drück 4 ich glaub wer ist entweder ein cooldown oder victor kann nicht 4 drücken nein er kann 4 guck da unten ach so victor sorry ich benutze die ganze Zeit den Zauber zum wiederbeleben ähm du bist nass ich weiß ich mach hier ich hab so trocken haha oh man Mike macht einfach alles falsch ähm kannst du mich auch wiederbeleben victor 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 aaaaaa so viel lang du Arschloch ich brenne mich doch nicht was soll das denn warum hab ich auf einmal ein Schutzschild wieder für Leben gehabt ah also ok ey ihr könnt wieder mich überleben hab ich eigentlich schon ok ok jetzt lass dich Dings machen warte ich mach Wasser macht jemand Kälte auf ihn oh man kann ihn nicht einbrennen ok ich höre ich höre eh lass mich durch ha eh das mach ich eigentlich die ganze Zeit ja ja das ist einfach so schlau hä ich kann kein Schild machen Junge das ist schädig komplett das kommt so ja das weiß ich ok ich mach jetzt mal Dings Arcan und ihr macht ihr so jetzt aua ach wer hat mich gefangen aua danke aua oh Ups ahhh dere hat mich gefrouet bitte hehhh hier leah einmal wiederblieben bitte ich spam ihn hier gerade mit links zu ja wiederblieben Das ging schnell. Was ist los? Ich muss in das Spiel reinfinden. Ja, das stimmt. Alter, wie das auch noch effektiv ist, ne? Oh man, Alter. Guck mal, wir haben einen Schwanz gemacht. Oh Gott, Junge. Wer sagt dir denn die ganze Zeit Penis? Ja, genau. Du! So, warte, ich guck mal kurz wie lange wir schon haben. Genug. Äh, ne, noch sechze... äh, noch zehn Minuten. No. So. I hate you. Oh, der nächste Bosskampf. Der ist richtig stark. Gleiche Taktik, gleiches Glück, sag ich mal. Sören? Aha. Da kenn ich ja einen, der so heißt. Äh, warum passt der in das Fass da rein? Ist der Magier? Der kann ich schon? Aber er hat einen Bademantel. Wir haben Bademantel, können aber nicht schon. Er gibt Sinn. Nicht. Doch. Hm. Äh, wo ist denn Victor? Hm. Passt du nicht. Ich glaube zu viel. Ja. Ich hoffe irgendjemand liest das überhaupt von Hinsfrauen. Ja, was sollen wir denn noch sonst machen? Ja, wir können Leertasten machen und das übersprühen. So, der Kleine ist übrigens übel stark. Äh, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Du hast kein Schild. Und Dings. Geil. Wie macht man nochmal das um sich rum? Alter. Wieso hab ich kein Schutzschild die ganze Zeit? Wie macht man das nochmal um sich rum? Warte kurz. Ähm. Mit, äh, Shift und mittlerer Maustaste. Aua. Das ist ziemlich sinnvoll. Aua. Ja, aber ich hab ihn eingeboren. Oh Mann, wie dauert der Gumpasskampf jetzt so lange, weil wir das so machen. Boah, da muss man sich voll inzentrieren die richtigen Tasten zu drücken. Ja. Okay, das bringt nicht so viel gegen den Typen. Uuuh, fuck. Bin tot. Leute, ich bin tot. Ja. Oh... Ich hab' immer so was gehört. Warte, ich mach, ich mach, äh, AK, mh, danke. Bitte. Ich mach AK, und wer macht Leben? Ja, mach ich. Okay, AK. Ähm, ja. Oh Gott, danke. Ähm, Mike. Ja, ich drück die ganze Zeit, ich hab schon das. Äh, erstmal ruhig mit dem Sohn. Der kleine Rick, der war klar. Ich beschäftige die großen, mach dir den kleinen. Mach. Boah, Alter, der ist 2000 Schaden gekommen und nichts von seiner Dingschleiste ist irgendwie schwieriger geworden. Junge, viel Leben hat der. So. Ja. Mach. Macht jemand mal Leben? Oh Gott, falsche Dingschleiste. Ah. Wie ist Leben, Mike? Merkt ihr das? Ups. Das war sogar fast getroffen. Ich hab grad AK an, ne? Scheide, dass er sich so viel bewegt. Boah, Junge. Wo bin ich denn hingeflogen? Oh, nice. Jewe, danke. Merci, Prou. Ach, Mann. Bei mir hat er immer so'n Haken, das wechselt sich für mich Bei mir hat er auch ein paar Haken, jetzt nicht mehr, jetzt hat er gar nichts, jetzt Leute, er ist kein Vampir Ne, er tut über mir noch's Namen Und habt ihr noch ein gutes Sprichwort dafür? Nein Niemals ohne Seife waschen Niemals ohne Schuhe wandern Glaub ich Leute, ich möchte gern in der Robe Äh, ich hab verlassen Ne, wir sind immer noch in der Lobby Aber ich bin jetzt kurz rausgegangen Äh, das frage ich mich auch Egal, das war's jetzt erstmal mit diesem Part Äh, wir sehen uns dann im vierten Part, Magica 2 Mal gucken, ob da jemand Neues dabei ist Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Part Ich hoffe, es hat euch gefallen Und, ja, bis zum nächsten Part Tschüss 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 Musik Tschüss Musik